So, willkommen in Freiburg. Heute geht es bei einem ganz besonderen Ziel. Und zwar fahren wir jetzt erstmal zum Stadttheater und fahren dann den 5 bis 2 Städte Pressehaus. Und dort sind es ungefähr 400 Meter bis 7 Metern sparen. Also wie bis vor ein paar Wochen auch nicht, dass es die überhaupt gibt. Auf jeden Fall, wir sind jetzt auf dem Plan der Regio AG. Und da gibt es den Kaffee und Kuchen. Da kann man runterfahren, was man sonst gewünscht. Und ja, das Ding daneben steht, 85 oder 7, wenn man auch besteigen kann. Und da gibt es den Kaffee und Kaffee. Und da gibt es den Kaffee.